Wenn Sie die Nebenkostenabrechnung Ihres Vermieters in Ihrem Briefkasten finden, heißt das meistens nachzahlen. Die eigenen vier Wände können ziemlich teuer werden, wenn man beim Unterzeichnen seines Mietvertrags nicht genau hinschaut. Wie Sie sich vor miesen Tricks von Vermietern schützen können, zeigen wir Ihnen jetzt. Die miesen Tricks der Vermieter Nummer 1. Die Nebenkostenfalle. Merle und Jan haben sich kürzlich den Traum von einer gemeinsamen Wohnung erfüllt. Der Nachwuchs ist unterwegs. Leider kommt schon wenige Monate später das böse Erwachen. Passt. Passt auch. Na, super. Nebenkostenabrechnung, eine Nachzahlung. Echt? 560 Euro. Ja, spinnen die. Der Vermieter verlangt eine saftige Nachzahlung auf die kalten Betriebskosten. Das sind allgemeine Kosten für Haus und Wohnung, außer Heizung und Warmwasser. Unter die Betriebskosten fallen zum Beispiel Grundsteuer, Müllabfuhr, Hausantenne oder Gebäudereinigung. Meist in einem monatlichen Pauschalbetrag zusammengefasst. Schau mal, Betriebskosten. Betriebskosten. 120. 120 Euro. 560. Wir müssen im Monat fast 100 Euro nachzahlen. Der Trick. In sogenannten Lockvogel-Angeboten setzt der Vermieter die Betriebskostenvorschüsse absichtlich zu niedrig an. So erscheint die Warmmiete günstiger. Eine glatte Täuschung, die nur schwer zu durchschauen ist. Mit der ersten Abrechnung kommt dann die böse Überraschung. Eine dicke Nachzahlung. Hallo. Die beiden suchen Rat bei Anja Franz vom Mieterverein. Sie schätzt, dass nach geltender Betriebskostenverordnung jede zweite Nebenkostenabrechnung fehlerhaft ist. In diesem Paragraf 2 der Betriebskostenverordnung steht eben genau drin, welche Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können. Und das sind schon die, die er hier aufführt, bis auf die Verwaltungskosten, die muss der Vermieter selber tragen. Egal ob Neu- oder Altvertrag, prüfen Sie Ihre Nebenkostenabrechnung und lassen Sie sich zweifelhafte Posten von Ihrem Vermieter aufschlüsseln. Bei Neuverträgen gilt, besser vor der Unterschrift schlau machen. In dem Moment, wo man einen Vertrag unterschreibt, sollte man gucken, wie hoch sind die Vorauszahlungen, sind die realistisch, sich möglicherweise bei den zukünftigen Nachbarn erkundigen, was die so an Betriebskosten bezahlen oder eben den Vormieter fragen, was er da so für Kosten hatte. Ein weiteres beliebtes Streitthema. Die Renovierung. Uwe und Stefan haben eine WG gegründet und ihrer Kommilitonin Jessica ein Zimmer angeboten. Junge, unerfahrene Studenten sind für Vermieter oft ein gefundenes Fressen. Im Bad, süß, da sind wir noch nicht ganz so weit. Die beiden haben sich vom Vermieter die Renovierung des Badezimmers aufschwatzen lassen. Das verlockende Angebot, zwei Monate Mietfreiheit. Ich hab ja echt keine Lust mehr. Ich glaub, der Vermieter hat uns wirklich übers Ohr gehauen. Schau mal, was wir alles schon an Geld ausgegeben haben jetzt. Gibt's doch gar nicht. Hey, komm, die runter da jetzt. Das machen wir echt nicht nochmal zum Dom von uns. Der Trick? Um nicht selber renovieren zu müssen, bieten Vermieter heruntergekommene Wohnungen gegen Mieterlass an. Lassen sie sich von solch scheinbar verlockenden Angeboten nicht ködern. Oft ist am Ende nicht viel gespart, der Ärger aber groß. Das ist doch wunderbar. Auch Jan und Merle finden in ihrem Mietvertrag eine Renovierungsklausel. Was ist zu tun? Wann, in welchen Abständen müssen wir renovieren und wie müssen wir uns verhalten in dem Moment, wo wir ausziehen aus der Wohnung? Da ist dieser Paragraf der entscheidende, die Schönheitsreparaturen. Also das heißt, streichen der Wände, der Decken, der Fenster, der Türen, der Türzargen und der Heizkörper. Schönheitsreparaturen können sie selbst erledigen, auch bei Auszug. Sie müssen keinen Fachbetrieb bezahlen. Die Renovierung muss aber ordentlich ausgeführt sein, sonst kann der Vermieter Nachbesserungen verlangen. Oft sind im Mietvertrag auch bestimmte Fristen genannt. Solange aber keine Verwahrlosung droht, liegt der Zeitpunkt in ihrem Ermessen. Starre Fristen sind unwirksam. Aber Achtung! Wenn dann da steht, im Allgemeinen alle drei Jahre, dann ist es schon keine starre Frist mehr. Nur wenn es wirklich eine starre Frist ist, wenn ich also diese Zeitlimits nicht überschreiten darf, dann ist so eine Klausel unwirksam. Nummer drei der miesen Vermietertricks. Riskante Wohngemeinschaften. Stefan und Uwe hatten Jessica überzeugt. Sie will einziehen. Jetzt geht es nur noch um den Preis. Kostenpunkt wäre dann 550 Euro warm. Also 500 sind wirklich leider meine Schmerzgrenze. Mehr kann ich leider nicht zahlen. Okay, aber nur weil du es bist. So, da wir eine neue Untermieterin aufnehmen, muss ich darauf bestehen, dass wir einen neuen Mietvertrag machen. Warum besteht der Vermieter darauf, dass Jessica mit in den Vertrag aufgenommen wird? Uwe und Stefan ahnen nichts Böses. Das hat viel Spaß mit der neuen Wohnung. Ein Fehler, wie es sich bald herausstellt. Jungs! Hey! Guten Morgen! Habt ihr schon mal gesehen, wie es hier aussieht? Kann es ja wohl nicht sein. Ey, wenn du damit so ein Problem hast, dann machst du es doch selber. Mir reicht es hier langsam. Ich ziehe hier aus. Ja, mein Gott, dann geh halt. Doch da gibt es ein kleines Problem. Okay, Jesse, das ist jetzt nicht so einfach. Wir haben uns den Vertrag nochmal angeschaut. Und es ist halt so, wenn du kündigen willst, dann müssen wir im Prinzip alle drei kündigen. Der Trick? Der Vermieter sichert sich ab auf Kosten der Mieter. Bei mehreren Personen im Haushalt drängen Vermieter oft zur eigenen Absicherung darauf, dass jeder einzelne im Vertrag steht. Dann haften nämlich alle als Gesamtschuldner. Kann einer seinen Mietanteil nicht zahlen, darf sich der Vermieter an den anderen Bewohnern schadlos halten. Die müssen ihr Geld dann selbst eintreiben. Das Problem für die Mieter, alle müssen gemeinsam kündigen. Ich sage, viel Spaß mit der neuen Wohnung. Die Jungs hätten mit Jessica besser einen Untermietvertrag schließen sollen. Dies muss der Vermieter zwar auch genehmigen, der Hauptmietvertrag bleibt aber unberührt. Jessica hätte einfach nur ihren Vertrag kündigen müssen. Was sich miese Vermieter sonst noch so einfallen lassen? Trick, Nummer vier. Die Kleinreparaturen. Schon wieder ein verpatztes Wochenende für Merle und Jan. Kürzlich gab es eine Rohrverstopfung im ganzen Haus. So, wir haben wieder eine Rechnung bekommen. Okay. Von unserem Vermieter. Ja. Wir haben eine Reparatur zu zahlen. Irre 69 Euro wollen die von uns haben. Der Vermieter will die Kosten für eine Abwasserrohrsanierung anteilig auf die Mieter umlegen. Darf er das? In ihrem Mietvertrag entdecken Jan und Merle eine Kleinreparaturen-Klausel. Da steht drin bis zu einem Betrag von 125 Euro die einzelne Reparatur, was aber im Endeffekt sich auf unsere Wohnung intern bezieht. Ja, also das geht uns gar nichts an. Der Trick? Der Vermieter beruft sich auf die Kleinreparaturen-Klausel und nimmt den Mieter in die Pflicht. Diese gilt aber nur für Reparaturen innerhalb der Wohnung und muss im Mietvertrag geregelt sein. Doch, doch, doch. Das sind Sie als Eigentümer. Das hat jeder, jeder Mieter hat das bekommen. Das sind Sie in der Pflicht. Das trifft das ganze Haus. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bezahlen. Bei der Kleinreparaturen-Klausel ist es so, da ist wichtig, dass ein Betrag genannt ist, bis zu dem eine Reparatur eben eine sogenannte Kleinreparatur ist. Grundsätzlich ist die Definition für eine Kleinreparatur alles, was dem täglichen Zugriff des Mieters ausgesetzt ist und eben Kosten von 100 Euro beispielsweise nicht überschreiten darf. Wenn eine Reparatur, die der Vermieter dann durchgeführt hat, 101 Euro kostet, dann muss es komplett vom Vermieter gezahlt werden. Welche miesen Tricks haben Vermieter noch drauf? Nummer 5. Reparaturen werden abgelehnt. Fertig. Uwe und Stefan haben es endlich geschafft. Die Renovierung des Badezimmers ist vollbracht. Das nimmst du. Du brauchst den Abgang. Und ich nehme jetzt erstmal ein schönes heißes Bade. Wie fühlst du es mal? Ah! Oh! Ja! Was ist denn los? Ey Mann, das Wasser ist total kalt, das wird nicht warm. Was ist denn das? Ist der Beul jetzt im Eimer oder was? Kann doch nicht wahr sein. Also ich rufe jetzt den Vermieter. Doch der hat natürlich auch in diesem Fall eine passende Ausrede parat. Der Trick? Der Vermieter lehnt die Reparatur ab. Also ich weiß auch nicht, der Beuler ist wahrscheinlich hinüber. Da kommt jedenfalls kein warmes Wasser mehr. Der war vor den Renovierungsarbeiten noch in Ordnung. Den müsst ihr selber bezahlen. Der Vermieter behauptet, die Hausratversicherung des Mieters sei zuständig. Das ist falsch. Der Mieter muss nur das zahlen, was er fahrlässig oder gar absichtlich kaputt gemacht hat. Euer Problem, den habt ihr kaputt gemacht. Frechheit. Reparaturen müssen sie also nicht bezahlen. Die Wartung hingegen darf der Vermieter von ihnen verlangen. Das wäre wirklich schön, wenn das schnell geht. Ein besonderer Trick ist Nummer 6. Der Vermieter behält die Kaution ein. Jan und Merle haben endlich alle offenen Fragen mit ihrem neuen Vermieter geklärt. Und da kommt noch einmal Post vom Alten. Wir kriegen unsere Kaution nicht zurück. Echt? Das ist ja dreist. Da will er den Betrag von 1200 noch was von der Kaution abziehen. Wegen dem Wasserschaden, den wir eigentlich gar nicht hatten. Der Trick? Lange nach Auszug werden sie für angebliche Schäden verantwortlich gemacht. Der Vermieter behält die Kaution ein, bis der Schaden bezahlt ist. Besonders dreiste Vermieter kungeln mit Handwerkern, die Gefälligkeitsgutachten ausstellen. Bei der Kaution ist es ja so, dass ich, wenn ich meine Wohnung zurückgebe, immer ein Übergabeprotokoll erstellen sollte. Und wenn dann der Vermieter hinterherkommt und sagt, da war der und der Mangel, das hatte ich nur vergessen, ins Übergabeprotokoll zu schreiben, dann interessiert es nicht. Weil das ist der Beleg dafür, dass die Wohnung ordnungsgemäß zurückgegeben wurde. In jedem Fall empfiehlt es sich, Fotos zu machen und eine Begleitperson als Zeugen mitzunehmen. Viele Mietervereine bieten zudem einen Wohnungsabnahmeservice an. Der letzte Miesetrick. Der Vermieter will den Mietvertrag erneuern. Uwe und Stefan bekommen mal wieder Besuch von ihrem Vermieter. Der hat wieder etwas ausgeheckt. Ja, Sie können ruhig platzen. Danke, ich stehe lieber. So, ihr wisst ja, worum es geht. Der Eigentümer hat gewechselt. Ich brauche von euch einen neuen Mietvertrag. Mal durchlesen. Der muss jetzt an die neue Rechtslage angepasst werden. Herr Schöngrub, das müssen wir uns erst noch mal überlegen. Gut, dann überlegen Sie sich das noch mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der Trick. Mit einem Eigentümerwechsel soll der Mietvertrag der aktuellen Rechtsprechung angepasst werden. Achtung, unterschreiben Sie keinen neuen Mietvertrag. Der muss aber unterschrieben werden. Bestehende Verträge bleiben gültig, auch nach einer Komplettsanlierung, dem Tod des Ehepartners oder Vermieterwechsel. Auf Wiedersehen. Die einzige Veränderung für mich als Mieter ist, dass ich meine Miete an ein anderes Konto überweise. Ansonsten ändert sich nichts. Und das ist ganz wichtig. Man ist nicht gezwungen, einen neuen Mietvertrag zu unterschreiben. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Sicher sind nicht alle Vermieter miese Abzocker. Ein kritischer Blick schadet aber nie.